Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons A Wonderful Life hier mit einem Gruntanemo und wir haben ja beim letzten Part gesagt, dass wir jetzt die letzten Tage einmal durchgehen, wobei das ja schon mehr Rushen ist, aber das macht ja nichts. Und schließlich haben wir ja wirklich schon so viel gesehen und so viel verpassen tun wir auch ehrlich gesagt gar nicht mehr. Auch wenn ich natürlich nicht weiß, was es noch so gibt und was nicht. Oh, wie sieht der Liebvolk you, ey? Äh, da. Klub. Das Zicklein wird bald geboren werden. Uh, das klingt wie heute noch. Wie, mäh. Hi. Krass, ey, wie die bluscht. So, und wie geht's, Aerith? Okay, scheint es gut zu gehen. Da passt alles soweit. Dann würde ich tatsächlich sagen, dass wir... Oh, was haben wir denn noch? Neue Aufgaben. Milch, beliebig. Buchen. Okay, auch nur wieder Quatsch. So, dann würde ich aber tatsächlich sagen, dass wir... Hm... Jetzt erstmal die Zeit skippen, weil vielleicht wird die Kleine heute noch geboren. Wenn ja, dann wäre es natürlich am sinnvollsten, wenn wir jetzt die Zeit skippen. Hallo, hier will jemand Hallo sagen. Na los, bei dich. Schnell, hopp, hopp. Oh, süß. Hast du schon einen Namen? Du musst dir einen Namen ausdenken. Ach, es ist übrigens ein Mädchen. Such dir was Schönes aus. Oh, es ist ein Mädchen, Gott sei Dank. Und die darf neben ihrem Mutti. Nagori, gefällt mir. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. Ja, sweet. So, das heißt, die Mutter kann da wieder raus. Ach, die ist sofort da draußen, die Kleine. Nagori, das ist gut. Sie will, Covid ist auch gut. Ja, Wahnsinn. Wie süß, ey. So klein. Ja gut, dann können wir ja alle rausholen. Ja, aber... Gab's nicht früher Muttermilch oder so? Ziemlich gute Laune. Ziemlich temperamentvoll. Hm. Ja, geil. Da fehlt nur noch Aerith. Na, wann kommst du unter die Haube? Kommt mit ihrer Trächtigkeit gut zurecht. Ja, das ist immer schön. So, dann... Ich sage, auf zum nächsten Tag. Ey, der Teddy, ne? So. Dass wir mit dem irgendwie nix bekommen, das ist schon sehr enttäuschend. Bin ich ganz ehrlich. Also, da muss deutlich mehr baschieren. Nee, die steht einfach nur da. Vielleicht habe ich den Teddy echt zu spät gekauft. Oh, wie ärgerlich. Also wirklich, das ist super ärgerlich. Tuch. Tuch. Wo bist du hin? Da hinten. Gib mir deine Walle. So, wie geht's dir? Schön's gut zu gehen. Watten, wie geht's ist gut? Gut, ist die Mutter da? Ziemlich temperamentvoll. Oje. Na gut, dann... Ich wollte eigentlich die Musik ändern. So, das machen wir gleich. Wenn wir, äh... Wieder ins Haus... Also, zurück nach Hause rennen. Ich würde aber tatsächlich sagen, dass wir uns ein paar Erdbeeren machen. Sind die denn gerade da? Wir hier nicht. Steckt, Alter. Warte, noch Erdbeeren, Erdbeeren. Okay, so. Erdbeeren. Erdbeeren. Wie viel brauchen wir? Scheißegal. Wir machen neun Stück. Ein ganzes Feld. So, und das war's. Vielen Dank. So, dann... Skippen wir die Zeit. Denn die Erdbeeren, die müssen wir erst mal umgeizeln. Hab ich doch Blumen, ne? Ja, okay. Ich hab zehn Stück. Das klappt. Gar kein Problem. Easy as peasy. Und... Er hat einspaziert. Ich hab geöffnet. Oh, der hat ja offen. Den hab ich ja komplett vergessen. Ja, komm heute. Kommt her und rein spaziert. Bla, bla, bla. Ich glaub, ich sollte tatsächlich noch mal kurz bei ihm schauen. Oh Gott, ich muss hier so viel mit Winnie reden. Oh je. Oh je, oh je. Hab ich jetzt ehrlich gesagt tatsächlich... Oh. Oh, Pui. Viele Jahre hat es gedauert, aber die Kokosinsel ist endlich in Sicht. Endlich. Endlich hab ich dich gefunden, Pui. So, wenn. Wenn ich hab ich dich gefunden, Pui. Musste ich um Bezahlung für die Sichel der Göttinnen bitten, die ich dir geliehen habe. Ich vergebe meine Gegenstände nämlich nur an die, die auch ordnungsgemäß zahlen, versteht sich. Ich besitze die Sichel. Was? Im Besitz der Sichel bin ich nicht mehr. Ich habe sie schon Tannomo mit Pui befreundet gegeben. Ja. Du hast ein solches Unikat einfach verschenkt. Das ist recht heikel. Vielleicht wird Tannomo sie mir zurückgeben, wenn ich erkläre, was passiert ist. Ein Moment bitte, Vater. Ja, nur ein Moment. Was hat er mir jetzt gegeben? Ich habe alle gesparten Münzen ausgegeben. Jetzt habe ich keine mehr. Jemals viel Entschuldigung, Tannomo. Geholfen hast du mir viel. Ja, sehr viel. Hoffentlich bist du so nett, doch noch einmal mir zu helfen. Alter, wenn du... Bieriger Schlund. Was hast du denn so zu verkaufen? Nix mehr, ne? Was ich irgendwie gebrauchen kann. Ah. Ah, nicht. Tschüss. Ja, doof. Hm. Ja, gut. Dann gehen wir mal zu Winnie. Der muss für euch ein bisschen arbeiten. Hi, Winnie. Hallo. Bis. Alia sagt dann, was hältst du von Takakura? Er ist ein guter, fleißiger Kerl. Na, ist auch schön, dass wir das genauso... Okay. Du bist ein seltsamer, du bist ein netter Kerl. Du bist ein netter Kerl. Okay, sind wir mal fertig da, oder? Ich will doch nur die Sachen machen. Biete. Was? Ja, ja, ich will weiter quatschen. Die Freundschaft muss nach oben gehen, die Freundschaft muss nach oben gehen, die Freundschaft muss nach oben gehen. Alter, wie viel muss ich noch mit dir reden? Wie weit ist die runtergegangen, verdammte Scheiße? Ach, du Kacke, Mann. Boah, die ist halt echt komplett... komplett in den Arsch. Ach, du Scheiße. Alter, der labert mich ja komplett zu. Ist das schon mal so schlimm? Ach, jetzt geht's auch kurz. Wir wollen... Oh, erst mich. Oh, oh. Sollte ich vielleicht der kleine Nagori geben? So, dann noch was. Das und das. Jetzt... Ups. Ist aber auch so nervig, dass man es nur einzeln machen kann. Das und das. Dass es sich auch nicht ausgenutzt fühlt. Und ich rede nur mit dir, wenn ich was von dir bekomme. Und ich fahre ganz viele Schame. Ja, ja. So, hier. Nehmen, nehmen. Ja, ja, ich will noch mehr. Ich will noch mehr. Ich will alles, was du hast. Los. Ich will noch mehr. Ich bin nicht verrückt. Und das auch noch. Ups. Und das war's dann. Ne, warte mal. Sieben? Ach ja, doch. Ja, perfekt. Okay, acht und neun. Sehr schön. Jede Spaß. Vielen Dank. Peter Korra. Na Junge, wir laufen in die Geschäfte. Na Junge, wie man hört, verstehst du dich ziemlich gut mit den Leuten im Tal. Alle sind richtig glücklich, dich hier zu haben. Hast du dir eigentlich ein kleines Geschenk verdient, finde ich. Hier, diese Schallplätze habe ich früher rauf und runter gehört. Jetzt gehört sie dir. Ich bin sicher, dass du bald genauso näher hängen wirst, wie ich früher. Äh. Wenn ich doch die Platte von Takakura bekomme, dann heißt das doch, dass ich mit den, dass ich mit allen anderen Bewohnern doch so weit gut befreundet bin, dass es er mir die Platte gibt, oder nicht? Da war doch irgendwas. Was es immer noch mit diesen, mit dieser Ketteaufsicht hat, würde ich auch gerne wissen. Ja, ja. Neugierig, neugierig. So. Dann wo ist die Kleine? Ich hab hier was für dich. Ah, da hab ich's schon. Zeigen. Ups. Nicht wegschubsen. Aber wie hab ich die bekommen? Einfach durchs Melken, oder was? Oder durchs Anquatschen? Keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Na, was haben wir denn da? Schallplattenarchiv, ein Wunder. Cool. Der Teddy, ey. Der cool, dann, äh, wunderbar. Aber die von You haben wir immer noch nicht bekommen, ey. Wann kriegen wir die? So, und schlafen. Das war früher doch die Titelmelodie von, von... ... ...Wonderful Life. Also wenn man im Menü war. Nur halt, klang die ein bisschen anders. Okay, ich krieg von der Ziege auch. Ah, tatsächlich. Ich krieg immer von ihr. Hier, bitteschön. Zeigen. Oh. Okay. Sie ist von der Mutter mich davon geflohen. Hä? Hä? So, bitteschön. Nehmen Sie, nehmen Sie. Warte, noch schnell... ...le Gießen. Dann haben wir das auch. Zack. Ich muss sagen, die Musik ist irgendwie aufdringlich. Oder was? Was meint ihr? Schon, oder? Jetzt ist einfach im Haus drin. Okay, Auftrag gibt's grad keinen. Okay, ich find die Musik super aufdringlich. Wir werden die ändern. Boah. Die ist super nervig. Ja, komm, wir machen ruhiger Winter. Ich glaub, das hatten wir auch schon länger nicht mehr, ne? Den ruhigen Winter. Den guten Ruhigen. So, der letzte Tag im Sommer, Leute. Wahnsinn, oder? Wie schnell das auf einmal geht. Ich mein, ich weiß halt echt nicht, was ich noch machen soll. Uh, warum gibst du mir keine Milch? Hef muss bald separiert werden. Ihr Euter ist leuchtend rot. Isolieren? Wie sehen wir das Tier? Ihr Euter und ihr rote... äh, rote, rosa, bäckchen. Ja, cool, ey. So. Dann noch die anderen. Boah, alter, okay. Da geht's aber gut ab. Okay, jetzt geht's nicht mehr. Hab ich, hab ich wieder... Nee. Wo ist die Ziege? Wir brauchen noch eine gute Euter-Milch. Hallo. Kannst du bitte wach werden? Hier sind immer noch pinke Bäckchen. Werd wach. Wäääh. Ja, okay, dann schauen wir gleich nochmal. Dann geh ich kurz rein. Und bringe eben gutes Futter vorbei. Das glüht ja richtig. Wird sie noch ein paar Tagen gebären. Das sieht aus, als wäre sie irgendwie so richtig widerlich angeschwollen. Nur noch am Schlafen. Was schlafen denn alle noch? Wo ist hier direkt... Ach, jetzt sagt er. Direkt auch schlafen. Na her, mit der Babymilch. So, wo ist es? Ja. Zeigen. Durch den Zaun. Perfekt. Gut, dass es geht. Ja, dann gegossen haben wir. Dann würde ich sagen... War's das? Dann geht's beim nächsten Mal weiter. Im Herbst. Ja, ja. Wow. Jetzt geht's aber echt gut schnell voran. Ja gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Guantanamo. Tschüssi.